Millionen von Quadratmetern Regenwald werden jedes Jahr abgeholzt. Nur für Papier. Papier, mit dem überall auf der Welt sinnlos Dokumente ausgedruckt werden. Websites, E-Mails, Textdokumente, sogar komplette Bücher. Täglich sterben Wälder für Papier. Und das, obwohl man Dokumente statt sie zu drucken einfach als PDF speichern kann. Ein PDF kann theoretisch so viele Seiten enthalten, wie aus einem ganzen Baum gewonnen werden können. Mit einem einfachen PDF könnte man also einen ganzen Baum retten. Aber es gibt ein Problem. Auch ein PDF kann man oft noch drucken. Deshalb haben wir ein neues grünes Dateiformat erfunden. Das WWF. Ein Dateiformat, das man definitiv nicht ausdrucken kann. Und durch das garantiert kein einzelner Baum sterben muss. Unsere große Botschaft. Save as WWF, save a tree. Statt zu drucken, kann man ab sofort alles als WWF speichern. Und viele andere Dateiformate können einfach in WWFs umgewandelt werden. Jeder einzelne, jedes Unternehmen und jede Organisation kann mit dem WWF ganz einfach helfen, Bäume zu retten. Mit jedem gespeicherten WWF, jedem per E-Mail verschickten WWF und jedem Save as WWF-Button auf Websites verbreitet sich das WWF immer weiter um die ganze Welt. Werden Sie Teil dieser grünen Revolution und downloaden Sie jetzt kostenlos die WWF-Software auf safeaswwf.com. Eine simple Idee, die hilft Bäume zu retten.